FC Bayern gegen Borussia Dortmund, Tabellenführer gegen Tabellenfünften. Anders als das zumeist gewohnte Titelduell der vergangenen Jahre sind die Vorzeichen nun etwas anders. Der BVB hat sich schon frühzeitig aus dem Meisterrennen verabschiedet. Für die Borussia geht es aktuell nur noch um die Qualifikation zur Champions League. Am Topspielcharakter ändert das aber nichts. Das Spiel gegen Dortmund ist für uns natürlich auch immer was Besonderes. Die Duelle in den letzten Jahren haben es ja gezeigt, dass es immer Spiele sind auf einem sehr hohen Niveau. Dortmund hat eine Mannschaft, die absolut klasse hat. In dieser Saison sind sie nicht gerne in zweiter oder dritter Position, sind ein bisschen hinten dran. Aber trotzdem ist es eine Mannschaft, die gerade in den letzten Wochen, in den letzten Spielen gezeigt hat, was für eine Qualität sie haben. Und das, obwohl die Borussia unter Edin Terzic schon in mittlerem Krisengewässer unterwegs war. Jetzt aber reisen die Schwarz-Gelben mit vier Siegen in Folge im Gepäck nach München. Der Interims-Coach hat das Ruder nochmal rumgerissen. Edin macht für mich einen sehr guten Job. Er hat jetzt die letzten Spiele, ist wirklich auch eine Konstanz da, die Ergebnisse sind da. Und klar ist es natürlich auch, wenn man solche Ergebnisse hat, dass man dann einfach auch ein bisschen mehr Vertrauen in seine Stärke bekommt. Und das sieht man bei der Mannschaft. Und es ist eine Mannschaft, die sehr, sehr spielstark ist. Und deswegen ist es mit einer der Top-Mannschaften in Deutschland. Eine Top-Mannschaft mit einem absoluten Top-Stürmer. Erling Horland, mit 20 Jahren das heißeste Versprechen für die Zukunft. Und womöglich der kommende Weltstar aus der Bundesliga. Er hat, wie so ein Mittelstürmer auch sein muss, er hat, wie es Lewy auch verkörpert, enormen Torhunger. Würde ich jetzt einfach mal so bei ihm nennen, ob er das schaffen kann. Ich meine, wenn ich da was anderes sagen würde, wie alle anderen, dann lege ich da mit Sicherheit auch falsch. Also ist einer, der mit Sicherheit in die Zukunft gehören kann, wenn er so weitermacht. Aber er hat alles, was man dafür braucht. Eine Personalie in den eigenen Reihen sorgt beim FC Bayern dagegen aktuell für Unruhe. Alexander Nübel, der Ersatztorwart, ist unzufrieden mit der geringen Spielzeit, die er seit seinem Wechsel im Sommer in München bekommt. Von Flick gibt es aber klare Kante und die kalte Schulter. Alex, Sichtweise ist sein Recht. Und letztendlich hat er auch gewusst, auf was er sich einlässt, wenn er hier zu Bayern München kommt. Und meine Aufgabe als Trainer ist das, dass sich die Spieler spielen lassen, die aktuell unserer Erachtens, der Trainer Erachtens, die beste Mannschaft sind. Und deswegen ist es so gewesen. Er hat zwei Spiele, glaube ich, gehabt und hat natürlich auch eine Verletzung gehabt. Aber trotzdem ist es eine Sache. Klare Nummer eins ist Manuel Neuer. Ausrufezeichen von Hansi Flick. Das nächste Ausrufezeichen soll dann sportlich am Samstag im Topspiel gegen den BVB gesetzt werden. Ausrufeichen von Topspiel gegen nach Gough. Ausrufeichen von Topsikalier oder Naturschau ausrufeiken mit Unterd teen- und Jan serviert haben sie mit Gefisstك. Ausrufe chip. Ausrufe Milliarden Estin Sevor favorit ist eine WLT bei BVB-Shain.